Morgen gibt es bei GOP und nochmals bei GOP folgendes. Ja so, Klassiko. Klassiko, die Klasse, wo es Eis bricht. Das vollwertige Zmorgen, das bis am Mittag hinhalten, ist von einem bekannten Professor entwickelt worden. Im Wettbewerb hätten wir heute gerne seinen Namen gewusst. Zum Schluss noch ein Aktionshinweis. Alle Fruchtsäfte im 3-Deziliter-Pure-Pack gibt es morgen bei GOP 10 Rappen günstiger. Also, morgen zu GOP und nicht noch mal morgen.